Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir den Neuzugang September. Ich habe ganz viele Bücher und Spiele dabei und auch leider ein paar Neuigkeiten. Also zum einen sieht es so aus, dass Mareike sich dazu entschieden hat, von YouTube erstmal zurückzutreten. Das heißt, ihr werdet sie jetzt erstmal nicht mehr sehen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, hat sich der Hintergrund verändert. Und zwar haben wir hier ein Terrarium stehen, wo bald auch ein Neuzugang reinkommt, und zwar ein tierischer. Da könnt ihr mal raten, was denn hier hinten reinkommt. Viel Spaß mit dem Video. So, dann fangen wir mit den Büchern an. Wie immer bekommt ihr Zeitstempel. Das heißt, wenn ihr euch nicht für die Bücher interessiert, könnt ihr direkt weiterspringen zu den Brettspielen. Genau, dann zeige ich jetzt direkt mal zwei Bücher. Und zwar diese beiden Bücher, das sind Band 1 und 2 von der Clan der Autori-Reihe. Und zwar war ich bei uns in den Straßen unterwegs und habe dann gesehen, ihr kennt das ja bestimmt, dass manche Menschen so eine Kiste rausstellen, von wegen zu verschenken. Und da habe ich diese beiden Bücher gesehen. Zusätzlich auch noch ein Brettspiel, das habe ich aber jetzt nicht mit dabei. Und dachte mir, das nehme ich mal mit. Hier geht es darum, dass wir hier einen Jungen haben namens Takeo. Und die Familie von Takeo, die wird angegriffen von einem fremden Clan, von bösen Menschen. Und die ganze Familie von Takeo, die wird getötet. Und Takeo ist der Einzige, der überlebt. Und der wird dann gerettet von einem Mitglied von diesem sogenannten Autori-Clan. Und der wird dann von denen aufgenommen. Und der lernt dann bei denen das Kämpfen und die Weisheiten von dem Autori-Clan. Und letztendlich geht es dann darum, dass er quasi seine Familie rächen will. Also die haben mich ziemlich angesprochen. Hier ist eine Samurai-Geschichte. Das habe ich bisher noch nie gelesen, irgendwas in dieser Richtung. Also Wikinger und High Fantasy jetzt so wie Eragon und so schon. Aber Samurai ist für mich tatsächlich was Neues. Da bin ich echt mal gespannt drauf, wie das ist. Habe ich auf jeden Fall vor zu lesen. Und ja, schauen wir dann mal. So, dann haben wir hier noch zwei Neuzugänge. Auch Band 1 und 2. Das haben Mareike und ich zusammen gekauft. Und einmal ist das Feuer und Flut und Salz und Stein von Victoria Scott. Ja, das ist jetzt, ich sage mal, ein bisschen was Besonderes. Und zwar Feuer und Flut. Das haben Mareike und ich beide damals schon mal gelesen. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Und irgendwie ist das so, dass wir immer mal wieder auf dieses Buch zu sprechen kommen. So, von wem kannst du dich noch daran erinnern? Damals dieses Buch, das erinnert so ein bisschen an Pokémon, das Buch. Weil hier geht es nämlich darum, dass wir eine Protagonistin haben namens Teller. Und die wird eingeladen, bei einem Wettstreit mitzumachen. Und zwar heißt er Brimstone Bleed. Und bei diesem Wettstreit sieht es so aus, dass man ein genmanipuliertes Tier an die Seite bekommt. Deswegen dieser Vergleich zu Pokémon. Und muss dann quasi diesen Wettkampf bestreiten. Und ich glaube, es war so, dass man da einen großen Preis gewinnen kann. In Form von einem Geldpreis. Weil Teller hat nämlich einen Bruder, der sehr krank ist. Und sie möchte ihn quasi mit dem Geld dann retten, indem sie die Arznei bezahlt. Und genau, das kann man auch so ein bisschen vergleichen wie, wie heißt das nochmal, die Tribute von Panem. Dieser Wettstreit. Weil das ist wirklich so ein Wettstreit auf Leben und Tod. Wo die dann in unterschiedlichen Biotopen unterwegs sind. Im Wald, in der Wüste oder auch im Wasser. Und müssen dann quasi mit ihrem ausgewählten Tier dann die Wettkämpfe bestreiten. Damals, wie gesagt, haben wir nur Feuer und Flut gelesen. Salz und Stein haben wir beide noch nicht gelesen. Das kommt dann auch nochmal dran. Haben aber hier quasi vor, so ein Reread zu machen. Weil das ist schon sehr lange her. Und da das halt so in Erinnerung geblieben ist, haben wir uns gedacht, das müssen wir auf jeden Fall nochmal lesen. So, dann waren wir auch wieder in der Stadtbibliothek unterwegs. Und da habe ich mir zwei Bücher ausgeliehen. Und zwar einmal Spicy Noodles. Ja, das hat mich irgendwie angesprochen, wegen dieser Rahmenschüssel da oben. Weil ich bin ja totaler Rahmen-Fan. Und habe das Buch auch schon mehrmals in der Hand gehabt. Aber irgendwie hat es mich nie geritten, das dann mal mitzunehmen. Und jetzt habe ich mich aber doch dazu entschieden, das dann mal mitzunehmen. Genau, hier geht es darum, dass wir einen Protagonisten haben namens Thoma. Und der ist von allen Universitäten abgelehnt worden, wo er sich quasi beworben hat. Und dann muss er in dem Restaurant von seinem Onkel, Onkel? Nee, Großvater. Großvater Shiro muss er in dem Restaurant dann aushelfen, um quasi was mit seinem Leben anzufangen. Und um diesen Großvater ringen sich ganz viele alte Geschichten. Weil es heißt, dass er von einem Feuergott abstammt. Und in diesem Restaurant gibt es heilige Essstäbchen, die angeblich magische Kräfte haben. Aber anstatt diesen ganzen Geschichten so nachzudehnen, entscheidet sich Thoma eher dafür, mit einer Besucherin des Restaurants zu schnacken. Und dann sieht es irgendwann so aus, dass Bösewichte kommen, die dann diese Essstäbchen klauen. Thoma versucht damit, der Akari, also es ist diese Frau, die er da kennenlernt, die Essstäbchen zurückzubekommen. Und landet dann in einem Strudel von Gefechten mit Magie und allem drum und dran. Also da bin ich echt mal gespannt. Ein Cover sieht ja auch sehr cool aus. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Rahmen denn hier vorkommen in dem Buch. Und das nächste Buch, das ist Myrk von Michael Peinkofer oder Michael Peinkofer, weiß ich jetzt nicht genau. Das hatte ich schon mal ausgeliehen. Das musste ich dann aber leider zurückgeben, weil ich das noch nicht gelesen habe und die Zeit war abgelaufen. Habe es aber direkt am gleichen Tag wieder mitgenommen, als ich dann nach anderen Büchern gestöbert habe. Hat dann die Bibliotheksrohr das Buch mittlerweile schon wieder ins Regal gestellt. Und da dachte ich mir, komm, dann nimmst du es direkt nochmal mit. Hier geht es darum, dass wir eine Welt haben, in der ein riesiger Baum in einem Wald steht. Und das heißt, dass dieser Baum mit seinen ganzen Wurzeln das ganze Land quasi verbindet und magische Kräfte hat. Und wir haben hier eine Fede von diesen Hochelfen, heißen die, glaube ich. Nee, die Völker des Hochwaldes, so. Und da gibt es einen Mann, der quasi Anführer werden will und die Weltherrschaft da an sich reißen will. Dann haben wir eine junge Waldfrau, die als Protagonistin dann hier einspringt. Und wie das halt so ist, durch gewisse Schicksalsdinge kommt es dann dazu, dass diese Frau dann quasi gegen diesen bösen Herrscher da ankämpfen muss. Und sie findet dann auch noch einen heimatlosen Jungen, die quasi dann die Reise gemeinsam bestreiten. Und innerhalb dieser Reise kommt es dazu, dass die dann merken, dass diese beiden Personen in der Vergangenheit schon eine gewisse Verbindung miteinander aufgebaut haben. War damals beim ersten Ausleihen ein reines Cover-Ausleihen, weil ich das sehr ansprechend finde. Und ja, ist da so ein bisschen High-Fantasy angehaucht, was ich auch sehr mag. Und genau, das ist auf jeden Fall auch auf der Liste ganz oben, was ich lese, wenn ich mein aktuelles Buch durchhabe. Und ja, es gibt ja so viele Bücher, die man immer lesen möchte. Da kann man irgendwie nicht alles machen. Zumal ich ja auch mal ganz viele Brettspielanleitungen lesen muss. So, dann kommen wir direkt zu den Brettspielen und bleiben auch direkt in der Stadtbibliothek. Nämlich da habe ich mir ausgeliehen Captain Flip. Das haben wir damals schon auf der Messe in Dortmund gesehen. Wir konnten es leider nicht ausprobieren, weil die Schlange da sehr lang war. Genau, in Captain Flip geht es darum, dass man sich eine Schiffscrew anheuert und damit dann Punkte generieren kann. Die muss man dann auf sein Abenteuertableau legen. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass das Schiff nicht in die Luft geht. Ja, und wer das dann am besten macht und die meisten Punkte am Ende bekommt, der hat dann gewonnen. Was ich sehr gut finde, ist, das steht hier unten auch mit drauf, dass man vier verschiedene Variationen hat von diesen Abenteuertableaus. Das heißt, hier hat man dann natürlich auch, ich sag mal, relativ viel Spielspaß, ehe es dann langweilig wird. So, dann haben wir noch ein Spiel ausgeliehen bekommen aus der Familie, weil wir das unbedingt mal spielen wollten. Und zwar ist das Sky Team. Genau, Sky Team, ein reines Zweispielerspiel, das kooperativ gespielt wird. Einer schlüpft in die Rolle von einem Piloten und der andere ist ein Co-Pilot. Und jeder hat so seine eigenen Aufgaben im Cockpit. Der eine muss dafür sorgen, dass die Landeklappen ausgefahren sind. Der andere muss dafür sorgen, dass das Triebwerk schon runterkommt vor der Landung. Man muss dafür sorgen, dass der Luftraum frei ist. Und das alles macht man in Form von Würfeln, die man dann legen muss, ohne sich aber miteinander abzusprechen. Und das sieht man ja auch an den Farben. Also der orangenen Spieler darf dann nur auf die orangenen Felder was legen und der blaue nur auf die blauen. Und es gibt dann so ein paar Felder, die auch beide dann bedienen können. Und dadurch, dass das so, ich sag mal, eher still gespielt wird, ist das natürlich sehr spannend. Und ja, spannend zu sehen, wie man dann miteinander reagiert und agiert und wie gut das dann halt zusammen klappt. Haben wir schon ausprobiert, hat Spaß gemacht. Und ja, ich bin aber auch froh, dass wir es nur ausgeliehen haben und nicht gekauft, weil das ist jetzt für uns jetzt nicht so der Oberburner. Dann war ich, bin eBay Kleinanzeigen unterwegs. Das mache ich auch mal gerne und schaue dann immer nach, wer hat denn irgendwie Spiele zu verkaufen. Eventuell auch mehrere Spiele, sodass man dann gute Preise erzielen kann. Und da habe ich dann direkt bei eBay Kleinanzeigen ein paar Spiele auf einmal bekommen. Und zwar ist das einmal Sebastian Fitzek, das Safehouse. Das Spiel habe ich schon sehr, sehr oft schon im Laden gesehen, aber irgendwie habe ich mich immer davor gesträubt, das zu kaufen, weil ich mir nie so richtig sicher war, was genau ist das denn für ein Spiel? Wie funktioniert das Spiel? Macht das auf Dauer Spaß? Ja, es geht darum, dass wir als Zeuge einen Mord mitbekommen und der Täter sieht, dass wir ihn gesehen haben. Und deswegen flüchten wir und er jagt uns. Und wir haben dann einen Kartenstapel und jeder hat eine Kartenhand und wir müssen versuchen, die Karten gezielt auszulegen, um damit Schritte zu generieren. Da muss man aber aufpassen, weil zwischendurch haben wir auch Verfolgerkarten, die wir dann ziehen, wodurch dann der Verfolger dann auch Schritte gehen darf. Und ja, wenn der uns erreicht, bevor wir im Safehouse angekommen sind, dann haben wir leider verloren. Und genau, was sehr schön ist bei diesem Spiel, ist, dass das so ein Buch quasi ist mit mehreren Kapiteln und zwar fünf Stück, die dann ja quasi das Level angibt. Und auf dem allerletzten Level hat man so ein Pop-Up-Haus. Das ist dann dieses Safehouse und wenn man das dann aufklappt, dann poppt das halt so auf und das ist ungefähr so groß, das Haus. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Also von der Optik her sehr schön und ja, bin ich mal gespannt. Als nächstes dabei ist ja eigentlich auch ein bisschen peinlich, das jetzt zu zeigen, weil das echt schon ein sehr altes Spiel ist und auch ein sehr schönes Spiel. Das ist Asul. Asul war 2018 zum Spiel des Jahres gekürt worden und seit 2018 haben wir dieses Spiel niemals gespielt, niemals gekauft bis jetzt. Mareike feiert das Spiel total ab. Sie findet das total klasse, denn wir schlüpfen in die Rolle von Fliesenlegern und wir haben eine Auslage auf den Tisch, wo wir dann verschiedene Fliesen uns auswählen müssen, die wir dann quasi bei uns erstmal ins Lager reinstellen. Das sieht man hier. Und wenn wir dann in die Bauphase übergehen, dann müssen wir die dann gezielt dann an unserer Wand platzieren. Da müssen wir aber dann gewisse Regeln beachten, wie man platzieren darf, weil es kann auch passieren, dass dann Fliesen kaputt gehen, die uns dann auch Minuspunkte geben. Und wer dann am Ende die beste Fließkunst gezeigt hat, der hat dann gewonnen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Da gibt es auch unzählige Erweiterungen und auch eigenständige Spiele zu. Und das ist sehr, sehr schön. Es ist auch schnell gespielt, muss ich sagen. Das ist ein sehr gutes Spiel. So, und vom gleichen Verkäufer habe ich dann im Paket auch noch die Tiere vom Ahorntal. Auch das ist ein Spiel, das wir uns an Dortmund schon angeschaut haben. Mich hat das direkt angesprochen, weil ich das vom Artwork sehr schön finde. Das ist auch ein Spiel ab acht Jahren. Das heißt, auch ein bisschen, ja, für Jüngere gut geeignet. Man hat das schnell gespielt. Das ist ein Dice-Placement-Spiel. Wir schlüpfen in die Rolle von einer von fünf verschiedenen Tierfamilien. Also, da gibt es einen Fuchs oder einen Hase oder einen Stachelschwein. Und wir starten im Frühling und wir bereiten uns auf den Herbst vor. Nee, eigentlich auf den Winter. Wir müssen Vorräte sammeln. Wir müssen unser Haus gemütlich machen, indem wir uns da schöne Gegenstände hinstellen, die uns dann Siegpunkte geben. Und das machen wir alles mit unseren zwei Familienwürfeln oder auch vier Dorfwürfeln, die dann quasi für jeden zur Verfügung stehen. Und diese Würfel, die sind dann dafür da, um anzugeben, welche Aktionen wir denn dann in unserem Zug machen können. Und wer am Ende die meisten Vorräte hat und auch das schönste Haus, der hat dann gewonnen. Sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Es ist auch nur angegeben 40 Minuten. Das heißt, man hat das schnell runtergespielt. Kann man noch nicht ausprobiert, steht aber auch ganz oben auf der Liste. So, und das letzte Spiel aus diesem Paket, das war dann noch Kids Chronicles. Die Suche nach den Mondsteinen. Das habe ich im Hinblick auf unsere kleinste gekauft. Aber die spielt ja doch sehr gerne Brettspiele mit uns. Und die braucht ja auch mal neues Futter, weil viele Spiele, die wir ja spielen, die sind halt einfach noch nicht für sie vom Alter her. Das ist ein Spiel, das ist angegeben ab sieben Jahren. Und zwar ist das ein Abenteuerspiel, wo wir versuchen müssen, verschiedene Aufgaben zu erledigen. Und das Besondere bei diesem Spiel ist, dass das ein App-basiertes Spiel ist. Also wir haben Karten, die entweder Charaktere angeben oder Gegenstände. Und diese Karten haben alle QR-Codes. Und dann kann man mit seinem Handy oder Tablet dann mit der App, die es dafür gibt, dann die QR-Codes abscannen. Und dann erzählt das eine Geschichte. Dann trifft man auf Merlin, der sagt dann irgendwas. Ach, er hat da hinten irgendwas gesehen im Wald. Und dann kann man zum Wald gehen und da dann wieder erkunden. Und man merkt dann, dass man immer wieder so neue Aufgaben bekommt, weil man dann auf einen Angler trifft, dessen Angel kaputt gegangen ist. Aber wir haben dann vorher schon Strickgarn gefunden, dass wir ihm dann schenken, um seinen Angel dann zu reparieren. Und so hangeln wir uns dann immer weiter vor, um dann quasi, ja, um dann quasi das Ziel des Kapitels dann zu erreichen. Es gibt insgesamt sechs Kapitel in diesem Spiel. Ein bisschen Nachteil bei solchen Art von Spielen ist natürlich, wenn man es einmal gespielt hat, dann weiß man, was man machen muss. Das ist eher so ein Spiel, was man einmal spielt und dann erst mal, weiß ich nicht, in den Keller legt und dann irgendwann noch mal rausholt, wenn man die Hälfte wieder vergessen hat. Aber bei den Kindern ist das auch eigentlich egal, weil die spielen das auch gerne, besonders Dinge, die man halt schon kennt. Genau, ein sehr, sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Dann, ein echtes Highlight für uns ist Honey Bus. Das ist auch neu im September bei uns eingetrudelt. Und ich muss sagen, das ist jetzt echt das allerschönste Spiel, was wir besitzen. Schön in Form der Umsetzung des Themas und auch des Artworks. Also das sieht ja mal echt fantastisch aus, das Spiel. Ist natürlich so ein bisschen auf so einem Süßfaktor ausgelegt, aber das stört mich auch gar nicht, weil das finde ich total klasse. Und bei Honey Bus geht es darum, dass wir in die Rolle von einem Bienenschwarm schlüpfen und wir müssen versuchen, unseren Bienenstock aufzuwerten, indem wir neue Waben da anbauen und versuchen dann dort leere Flächen zu erstellen, wo wir dann mit unseren Sammelbienen dann Nektar einsammeln können, den wir dann da platzieren. Und anhand dieser Nektarplättchen können wir dann Honig herstellen, den wir dann entweder auf dem Bärenmarkt verkaufen können oder es gibt auch Handelsgesuche, kleine und große Bestellungen an verschiedensten Honigarten, die wir dann beliefern können und sammeln somit dann Siegpunkte. Und genau, wer am Ende die meisten Siegpunkte hat gewonnen. Das ist ein mega cooles Spiel. Was ich irgendwie cool finde, ist, dass der Honig, den man hier sieht, sieht man hier, der ist so ein bisschen gummiartig. Das fand ich am ersten Moment ein bisschen merkwürdig, als ich das in der Hand hatte. Er hat so wie Weingummi angefühlt, so ein bisschen härter. Aber irgendwie hat das was. Und auch das Inlay in dem Paket, das ist sehr schön gemacht. Also alles hat seinen Platz und ja, ein richtig, richtig cooles Spiel. Also das ist wirklich ein cooles Spiel. So, dann haben wir hier noch ein Spiel und zwar Kleine Völker, Großer Garten. Hier ist auch ganz aktuell ein Regelvideo von mir rausgekommen. Könnt ihr euch gerne auch mal angucken. Eventuell verlinke ich es hier einmal. Ja, bei dem Spiel hat mich Mareike erst mal gefragt, boah, was hat dich denn da geritten, dieses Spiel zu kaufen? Und das sieht ja mal total hässlich aus. Muss ich zustimmen. Also so schön sieht das Spiel eigentlich nicht aus. Aber als wir es dann mal ausprobiert haben, muss ich sagen, das ist ein richtig cooles Spiel. In dem Spiel geht es darum, dass wir ein kleines Volk repräsentieren und wir haben hier unseren großen Garten. Und es gibt öffentliche und geheime Bauvorhaben, die wir dann versuchen zu erfüllen, indem wir unsere Gebäude bauen mit verschiedenen, vielen Stockwerken. Und wenn wir dann ein gewisses Bauvorhaben geschafft haben, dann kommt dann oben auf das Gebäude ein Dach drauf. Das heißt, dieses Gebäude ist dann für andere Wertungen gesperrt. Ändert so ein bisschen an Harmonies. Da haben wir das ja auch. Wenn wir dann den Würfel einsetzen, dann ist dieses Plättchen quasi gesperrt für andere Wertungen. Und ja, das macht sehr viel Bock, weil hier hat man auch so ein bisschen Area Control dabei, weil wir haben insgesamt sieben eigene Gebiete in diesem Garten. Und immer in der Bevölkerungsphase, das passiert dann immer nach der Aktionsphase, wird dann geschaut, wer hat denn da die Dominanz in diesem Gebiet. Und der bekommt dann auch wieder mehr Bevölkerung dazu, die wir dann wiederum brauchen, um Gebäude zu bauen. Also ein sehr cooles Spiel. Und ja, es hat auf jeden Fall ziemlich Bock gemacht. Und das war mal im Angebot. Und da habe ich mir gedacht, komm, das sieht irgendwie nicht so schlecht aus. Und dann nimmst du das mal mit. Und ich bereue es auf keinen Fall. So, und jetzt auf jeden Fall mal was Seltenes, was ihr ganz, ganz selten zu Gesicht bekommt. Und zwar habe ich kein Spiel gekauft, sondern eine Spieleerweiterung. Und zwar die Ast- und Tatzerweiterung für Spirit Island. Das wurde ja schon sehr oft auch in den Kommentaren, wo wir mal über Spirit Island gesprochen haben, erwähnt, dass das eigentlich die Erweiterung ist, die man braucht, wenn man Spirit Island liebt. Wir lieben Spirit Island, deswegen haben wir jetzt die Erweiterung. Die Erweiterung bringt dann nochmal zwei neue Geister mit. Wir haben ganz viele neue Fähigkeitskarten. Wir besitzen auch eine neue Nation, die da mitkommt. Und auch nochmal vier Szenarien. Und das Besondere bei dieser Erweiterung ist, soweit ich das jetzt erkennen konnte, dass wir bei dieser Katze zum Beispiel, dieser Geistkatze, haben wir noch so Sidekicks dabei. Das sind dann Plättchen in Form von so Katzen, die dann quasi wie die Dahan auch mit auf dem Spielbrett dann verteilt werden, die dann unsere Katze dann nutzen kann für gewisse Fähigkeiten und Movements. Und ja, ich bin da echt gespannt. Also ausprobiert haben wir es noch nicht. Dafür ist der Stapel der ungespielten Spiele einfach viel zu groß. Aber das kommt bald auf jeden Fall mal dran. Und ihr werdet es dann mal in einem Rückblick sehen, wenn wir es gespielt haben. Da werde ich dann auch nochmal näher drauf eingehen. So, das waren die Neuzugänge September. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal einen Kommentar da. Was habt ihr denn jetzt neu bekommen im September? Jetzt steht der Herbst ja vor der Tür. Das heißt, es wird immer mehr drin stattfinden. Das heißt, wir werden auch noch mehr spielen wahrscheinlich und noch mehr lesen können. Und wie am Anfang schon gesagt, lasst gerne mal einen Kommentar da, was ihr denkt, was hier hinten reinkommt. Wir haben ja relativ viele Tiere eigentlich hier bei uns zu Hause. Solltet ihr euch das mal interessieren, auch da gerne mal einen Kommentar. Dann kann ich auch mal unsere Tiere zeigen. Also hier hatten wir ja mal unsere Vogelspinne Fussel stehen. Die steht jetzt in einem anderen Raum. Die musste jetzt ausweichen für dieses große Terrarium. Und genau. Lasst gerne ein Abo da. Einen Daumen für das Video wäre auch schön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.